Und was schön war, es gab damals bei mir in der Nähe so eine Stadtteilbibliothek und da konnte ich mir immer Noten ausleihen. Weil auch heutzutage für junge Menschen, die anfangen Klavier oder andere Instrumente zu spielen, sind Noten sehr teuer. Kostet manchmal 40, 50 Euro immer noch und damals auch 40, 50 Mark. Aber ich habe mir dann so Best-of-Alben ausgeliehen, zum Beispiel von Lyon Ritchie. Und es waren wirklich schöne Balladen immer, die jeder so gesungen hat. Aber habt ihr mal auf den Text geachtet, bei Lyon Ritchie? Der kennt die Frau nicht, aber imaginiert, dass er sie schon küsst. I long to see the sunlight in your head and tell you times and times again how much I care. Und ich weiß nicht, ob ihr das Musikvideo kennt, ist kein Scherz. Da stellt er einer Uniprofessorin nach, die blind ist und dann singt er... So, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, what? I can see it in your smile, aha. You're all I ever wanted and my arms are open wide. Wie gesagt, der kennt die Frau nicht. Cause you know just what to do, and you know just what to say, but let me start by saying... Der kennt die Frau nicht, das ist das Erste, was er zu ihr sagt. I love you. Liebe Männer, versucht das mal in der Regionalbahn. Da kommt sofort die Bundespolizei. Und das zurecht. Dankeschön. Dankeschön.